Der Eintritt imperialer Verbündeter Der Eintritt in den großen Krieg war ein vernichtender Schlag, von dem sich die Republik nie wirklich erholte. Es war der zweite Schritt im großen Plan des Sith-Imperators. Laut neuesten Berichten des strategischen Informationsdienstes wurde der Aufstieg der Mandalorianer vom imperialen Geheimdienst unterstützt. Wir wissen nur wenig über diese Organisation, aber die Agenten des imperialen Geheimdienstes sind auf jeden Fall genauso tödlich wie ihre Sith-Vorgesetzten. Die Verbrechernetzwerke der Galaxis diskutierten während des großen Krieges endlos darüber, ob die Republik oder das Imperium zu unterstützen sei. Obwohl die Huttenkartelle den Sith-Imperator verabscheuten, weil er sie vor dem Krieg nicht in seine Verschwörung angeweiht hatte, konnte der imperiale Geheimdienst verhindern, dass die Hutten die Republik unterstützen. Die überall in der Galaxis verstreuten Mandalorianischen Söldner und Kopfgeldjäger standen vor derselben Entscheidung wie die Hutten. Einige stellten sich in den Dienst des Imperiums, doch die meisten blieben unabhängig. Imperiale Diplomaten versuchten unentwegt, die berüchtigsten Kopfgeldjäger der Galaxis anzuheuern, doch sie wurden immer wieder abgewiesen. Das Imperium musste also seine Taktik ändern. Mandalorianische Söldner und Kopfgeldjäger kämpften oft als Gladiatoren um Geld und Ruhm, was in der mandalorianischen Kultur als ehrenvoll gilt. Imperiale Agenten nutzten dies für sich und infiltrierten die wichtigsten Gladiatoren-Arenen der Galaxis als Veranstalter, Sponsoren und manchmal sogar selbst als Gladiatoren. Die imperialen Agenten wählten einen stolzen jungen Gladiator als ihre Marionette aus. Dieser junge Gladiator war schon immer besonders gut in der Arena, aber mit seinen neuen imperialen Verblindeten waren seinem Aufstieg keine Grenzen mehr gesetzt. Die Manipulation von Arena-Kämpfen ist nicht ungewöhnlich, aber die imperialen Agenten sabotierten schamlos das ganze System und setzten die Gegner ihres Kämpfers unter Drogen. Niemand konnte es mit ihm aufnehmen. Das Flüstern der imperialen Agenten wurde zu schreien in der Arena. Mandalore! Mandalore! Dem jungen Gladiator wurde der uralte Titel des mächtigsten Kriegerkönigs verliehen. Er wurde immer berüchtigter und als er sie rief, kamen die Mandalorianer zu ihrem neuen Meister. Der neue Mandalore diente aber immer noch seinen geheimen Meistern. Die Agenten des Imperiums hatten ihre Marionette fest in der Hand und ließen die Mandalorianische Armee die jüdianische Handelsstraße blockieren und gegen die Jedi kämpfen. Auch wenn die Blockade letztlich gebrochen wurde, waren die Voraussetzungen für die Plünderung von Coruscant und den unsicheren Waffenschildstand geschaffen, der nun die Republik lähmt. Die Allianz der Mandalorianer und der Sith besteht auch heute noch. Das könnte sich ändern, wenn die ursprüngliche List ans Licht kommt. Doch der imperiale Geheimdienst hat die Spuren zu gut verwischt. Mandalore wurde vor kurzem von einem Krieger getötet, der als neuer Mandalore seinen Platz eingenommen hat. Ob auch er eine imperiale Marionette ist, wird sich noch zeigen. Aber wir müssen ihn auf jeden Fall beobachten. Der Erfolg der imperialen Agenten bei der Rekrutierung der Mandalorianer für den Krieg war der Gegenpart zur ersten Erfolgsserie der Republik. Dem Thema meines nächsten Berichts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017